Zeugenaussage Mark Bellinghaus, Münster, 17.04.2024 Ich war heute im Landgericht Münster und am 13.12. habe ich eine einstweilige Verfügung mit Beschluss vom 13.12.2023 bekommen gegen mich und der Stadt Münster, vertreten durch den Oberbürgermeister und der vertritt das Theater Münster, unter anderem Frau Katharina Kostolmein und Herrn Verwaltungsdirektor Dominik Baumann. Dieser Herr war heute auch ebenfalls anwesend. Das Aktenzeichen zu diesem Verfahren lautet 014O462-23. Es waren heute anwesend der Vorsitzende Richter am Landgericht Dr. Stenner, die Richterin am Landgericht Carré und der Richter am Landgericht Naujoks. Diese drei saßen da und haben mich für fast zwei Stunden angehört. Ich habe mehr als genügend Beweise geliefert, dass ich hier in Münster Opfer einer übelen Intrige geworden bin, und zwar von einer ganzen Theatercrew, von einer ganzen Gruppe von Leuten, die als Dramaturg, Bühnenbildner, Musik und natürlich Regisseurin, eine Karin Brees, die eine gescheiterte Schauspielerin ist, die dann in KZ Dachau und anderen KZs Theateraufführungen abgezogen hat, weil jeder weiß, dass Hitler und Antisemitismus und Aufarbeitung, das geht immer, und das hat sie so geschafft. Sie ist überhaupt keine Regie-Theater-Regisseurin. Und insofern ist es alles ein Raub, was sie begangen hat mit dem Schauspieldirektor der Stadt Münster, des Theaters Münster, Herr Remsi Al-Khalisi, der mich in übelster Weise beleidigt hat. Er hat mir ins Gesicht gesagt, ich wäre ein schwuler Hitler-Jude. Und dafür habe ich auch einen Zeugen. Dieser Zeuge saß heute im Gericht. Es ist ein Skandal. Ich bin gerade aufgewacht. Ich hatte eine ganz, ganz schwierige Zeit heute. Ich habe im Gericht wieder heulen müssen, weil es auch um den Missbrauch in der Kirche und meine ganzen Erfahrungen mit Günther Behlitz ging, der natürlich hier präsent ist durch Katharina Kostolmann. Das sieht jeder Mensch, der auch nur ein bisschen Ahnung von Logik hat. Ich habe das Gefühl, weil ich habe das Urteil nicht gehört, beziehungsweise es ist noch nicht gesprochen, was ich auch sehr seltsam finde. Es war klar wie Klosbrühe, was hier abgeht. Und insofern denke ich mal, es geht gegen mich. Es geht weiter. Nach 13 Jahren absolute Skandale in Münster. Morgen soll ein Abend stattfinden mit einem Martin Katsch, der heißt Matthias Katsch. Der hat sich zusammengetan mit dem besagten, ich zeige euch gerade das, das ist dieser Martin Schmitz. Der ist morgen im Theater und die reden dann in einer Extrashow wieder über Kindesmissbrauch. Und das mache ich nicht mit. Ich habe heute bewiesen, dass das eine ganz abgekartete Absprache wieder ist. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich empfinde, dass das Theater nicht mehr neutral sein kann, beziehungsweise das Landgericht Münster kann keine Neutralität gewahren. Und dann sagte mir Richter, der Vorsitzende Richter Stenner, Dr. Stenner sagte mir, dass er damit nichts zu tun hat. Insofern richte ich dieses Video auch an den Justizminister von NRW und fordere ihn auf, diese Theaterschauspiel-Aufführungen im Landgericht Münster und im Amtsgericht Münster sofort zu unterbinden, wie man an dem heutigen Fall sieht. Ich werde nicht ernst genommen. Es wird mir garantiert nicht recht gegeben. Und dagegen gehe ich dann zum Oberlandesgericht in Münster weiter. Denn es ist hier ein absoluter Justizskandal. Ich habe die Fakten auf den Tisch gelegt, weil ich hier seit 13 Jahren gequält werde von der Justiz. Allein 2020 hat mich diese Nachbarin, Frau Sigrid Bott, 62, Sie sitzt hier in der Corona-Zeit im Geschäft ohne Maske. Jeder andere bekam eine Strafe. Ich habe diese Frau mit meinem Ex-Partner fotografiert und habe gesagt, diese Frau hat die übelsten Anschuldigungen gegen mich gemacht. Und das viermal vor Gericht. Es ist ein Skandal der Staatsanwaltschaft Münster. Diese Frau läuft immer noch frei rum. Sie hat andere Leute angestiftet, gegen mich auszusagen. Mein anderer Nachbar, Jonas Jacobi, hat sogar schriftlich, in einer schriftlichen Aussage, hat er mit seiner Unterschrift bestätigt, dass er mich als Adolf Hitler verkleidet gesehen haben soll, wie ich in den Garten ging und Frau Butt in allerübelster Weise beleidigt haben soll. Ich saß Gott sei Dank mit meinem Nachbarn Herbert Walter und wir haben Kaffee getrunken. Wenn Herr Walter nicht wäre, dann würde ich jetzt im Gefängnis sitzen, weil sich vier Menschen zusammengetan haben und haben ein Justizopfer komplett in die Enge getrieben. Das ist Gruppenmobbing. Und die Justiz Münster macht weiter. Wie man heute an dem heutigen Verfahren sieht, sie wollten mir den Beschluss nicht sagen. Ich habe mehr als genug Beweise, das habt ihr gesehen an diesem Bild, die Vergleich, dass sie mir absolut sogar auch meine Kunst geklaut haben. Und das Stück muss sofort eingestellt werden. Das habe ich auch gefordert vom Richter. Meine Rechtsanwältin ist da auch nicht eingeschritten. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ihr wisst, was sein kann, was die Justiz machen kann. Die kann Leute in den Knast stecken, wenn sie ganz und gar unschuldig sind. Und es ist ein Wunder, dass ich noch nicht in den Knast gekommen bin durch vier Falschaussagen. Aus dem Grund werde ich morgen einen Strafantrag stellen gegen Sigrid Butt, gegen Jonas Jacobi, gegen den anderen Nachbarn, der mich mehrmals homophob beleidigt hat. Dafür gibt es auch Zeugenaussagen von meinem Ex-Partner. Der heißt Günther Freitag. Das ist der weitere Straftäter. Dann gibt es noch einen Günther Ebel. Diese Vierergruppe wurde von meiner Halbschwester, Patricia Belotti, instruiert. Hier ist ein Scheck, wo Patricia Belotti meiner Mutter 20.000 Euro vom Konto geklaut hat. Das habe ich der Justiz Münster vorgelegt. Die haben nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe eine Aussage von meiner Mutter dazu geschrieben. Meine Mutter hat die unterschrieben. Jetzt wird behauptet, ich hätte das alles gefakt. Also ich hätte das alles gefälscht. Das ist unfassbar. Dieser Justizgal Münster hört nicht auf. Im Gegenteil, er wird schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass ich kein Recht bekomme. Das war der einzige Grund, warum mir heute noch kein Recht beschert wurde, beziehungsweise warum kein Urteil gesprochen wurde. Und dagegen gehe ich heute schon vor, weil ich bin aufgewacht. Ich habe Horror-Trigger-Erfahrungen gehabt mit meinem Missbrauch. Ich habe darüber geredet. Es interessiert die Richter gar nicht. Es ist eine Frau und zwei Männer. Und die sitzen da wie Ölgötzen und haben auch kein Mitleid. Im Gegenteil. Sie werden jetzt meinen Antrag gegen diese einstweilige Verfügung ablehnen. Das fühle ich. Und dann kommt mal wieder Katharina Kostolmein weiter frei. Diese Frau ist nicht mehr tragbar für Münster. Sie ist kriminell. Sie hat eine eidesstaatliche Versicherung gebrochen. Und das sage ich hier nochmal. Ich kann es beweisen an die Kanzlei. Ich glaube, die Kanzlei hat auch gesehen, dass ich mehr als genug Beweise geliefert habe, dass diese Frau gehen muss. Deswegen ist das auch an die Kanzlei Altmann fröhlich. Herr Glas und Frau Marisa Michels, die den ganzen Tag, die ganze Zeit da saßen und gesehen haben, wie ich gekämpft habe. Und sie sollten sich wirklich besinnen. Sie beiden treten auf für die Stadt Münster. Da ist eine Frau, die macht mit ihrem Mann, was sie will. Gemeinsam. Die haben Vetternwirtschaft, die Politismus schon begangen. Das ist ein ganz, ganz harter Tobago und starkes Stück, was hier abgeht. Ich kann alles beweisen. Und außerdem, Remsi Al-Khalisi, ich habe bewiesen, dass ich diesem Mann 2021 schon geemailt habe, als er noch in Bamberg war. Seine Aussage ist genauso fake und genauso eine Straftat. Eine eidesstattliche Versicherung, Versicherung an Eidesstatt zu faken, kann bis zu zwei Jahre Haft oder mehr sogar bringen und Geldstrafe. Herr Remsi Al-Khalisi und Frau Katharina Kostolmann haben sich strafbar gemacht. Ich kann es in jedem Punkt beweisen. Ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich wollte darauf eingehen beim Richter. Das wurde aber einfach unter den Tisch getan. Ich habe jetzt genug Erfahrung mit Richtern und Urteilen und ich weiß, dass sie mich nicht, dass sie mich einfach gegen die Wand laufen lassen wieder. Und deswegen werde ich heute schon protestieren und werde gar nicht das Urteil abwarten, weil es geht genauso weiter wie bisher. Wie kann eine Stadt so irre und so ignorant sein und eine kriminelle Generalintendantin nicht sofort vor die Tür setzen? Ich werde einen Petitionsantrag bei der Stadt Münster, beim Rat der Stadt Münster stellen gegen Frau Kostolmann. Ich habe genug zusammengesammelt, um zu beweisen, dass Frau Kostolmann nicht länger tragbar ist als Generalintendantin von Münster. Dafür brauche ich auch nicht das Urteil abwarten von einer befangenen Dreiergruppe von Richtern, die mich sowieso nur ausgelacht haben. Dankeschön.